Ah, schau, ich gebe auf jedes deiner Video einen Daumen nach oben und habe dich bereits abonniert. Boah, das ist ja echt geil. Und ein Smiley noch dazu. Also hau rein und mach dein Ding und lass dich von irgendwelchen Spakus ablenken, die denken, die bräuchten Aufmerksamkeit, indem sie beleiten die Kommentare schreiben.